Hallo ihr Landraten, Seebären, Piraten und ja, bevor ich jetzt nah dran bin, ja Freibäuter habe ich vergessen, so ich bin auf dem Weg hier zum nächsten legendären Schiff, der HMS Vines, ja ihre Stärken sind die Schnelligkeit und das Mörserfeuer soll echt übel sein, dem sollte man ausweichen und ansonsten in den Nahkampf gehen, das ist so mein Plan, mal gucken ob ich das auch so hinkriege, ja also am besten verlangsamen mit den Ketten geschossen und dann im Nahkampf verrammen oder halt schöne Breitseiten verpassen äh, das Mörserfeuer sieht man wohl auch nicht auf der Karte ja doch, man sieht doch nicht dran naja, nicht so das geht ja schon mal nicht so gut war ganz schlecht so, dann mal näher ran das war ja auch mein Plan so, wir werden hier wieder wegkommen feuer gebt den Winden auf feuer 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 Ja, ging eigentlich recht gut, muss ich mal gestehen. Ja, hätte mit mehr Problemen gerechnet. Aber das liegt ja eigentlich recht entspannt, muss ich sagen. War für mich bisher der leichteste von allen. Und ja, vielen Dank fürs Schauen. Ich freue mich auf Likes und Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye, bye.